Norbert Hackbusch Die politischen Themen, die ich dort bewegt habe, sind wie eben bei einer kleinen Fraktion relativ vielfältig gewesen von Themen wie Kultur mit kräftigen Auseinandersetzungen, die wir dort einigermaßen gut auch hingekriegt haben, Europapolitik, Haushaltspolitik, Hafen. Man merkt schon, wir müssen auf jeden Fall mehr werden, damit wir nicht so viele Themen mehr bei uns praktisch auf unserem Bauch haben. Ich würde euch gerne einladen, hier in diesem Wahlkreis, das ist nämlich der Wahlkreis, in dem ich direkt gewählt worden bin. Um diese Schule herum, Altona, Altstadt, haben wir über 20 Prozent bekommen und ich hoffe, dass wir das beim nächsten Mal nochmal kräftig ausweiten können. Das ist einer unserer Schwerpunkte und ich bin stolz, in so einem Wahlkreis auch wieder direkt aufgestellt worden zu sein. Wir haben gestern lange, finde ich, über ein Wahlprogramm geredet, zum Teil darüber gestritten und ich finde, wir haben ein gutes Wahlprogramm zusammenbekommen. Und ich finde vor allen Dingen auch, dass es gezeigt hat, dass diese Partei viel vitaler ist als alle anderen Parteien, die wir gegenwärtig in dieser Stadt beobachten können. Und darauf sollten wir auch stolz sein. Ich will aber auch sagen, dass es in gewisser Weise die wesentlichen Themen schon angesprochen worden sind von den meisten, um die es geht. Das eine entscheidende Thema ist klar, soziale Spaltung in dieser Stadt, die nicht nur viel zu hoch ist, sondern eben auch noch in den letzten Jahren zugenommen hat. Das entscheidende Moment davon ist, das wissen wir alle, war Hartz IV. Dass die entscheidende Provokation bei diesem Wahlkampf ist, dass einer der wichtigsten Baumeister dieses Hartz IVs gegenwärtig gelobt von der Handelskammer, der Spitzenkandidat der SPD ist. Das finde ich eine Frechheit und ich finde es aber eine Herausforderung von uns, dagegen aufzustehen und dagegen zu sagen, uns gibt es als Alternative. Ich will euch ein zweites Moment sagen, was ein bisschen untergegangen ist und warum wir als Oppositionskraft so wichtig sind. Die Frage der Elbphilharmonie. Ich beschäftige mich da in diesem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Dieser Wahnsinnsbau von Größenwahnsinn und Verschwendung ist, bevor wir in die Bürgerschaft gekommen sind, in allen Abstimmungen von allen Parteien immer einstimmig unterstützt worden. Von SPD, von GAL, obwohl die damals in der Opposition gewesen sind. Das zeigt schon alleine und das benutzen wir in unseren Diskussionen und Auseinandersetzungen, warum wir als Oppositionskraft unbedingt notwendig sind. Deutlich ist aber als letztes Moment und auch das zu sagen, wir werden nur dann in gewisser Weise in der Lage sein, kräftiger zu werden, wenn wir auch nicht nur diese schönen Parolen und Forderungen von uns ständig wiederholen, sondern wenn wir in der Lage sind, das zu verknüpfen mit sozialen Bewegungen. Wenn wir in der Lage sind, das mit kraftvollen Auseinandersetzungen zu verbinden. Ich finde, wir haben dort im Zusammenhang mit der Fraktion einiges Positives erreicht. Ich finde noch zu wenig, deswegen will ich auch wieder kandidieren und will daran weiterhin beitragen, sondern mit dem Slogan, mit dem wir arbeiten, je mehr Stimmen die Linke bekommt und je kräftiger wir werden, desto sozialer wird diese Stadt. Das ist nicht nur eine Forderung, sondern das ist eine Realität, die wir auch geschaffen haben. Danke.